Dein Geld, Deine Verantwortung mit Sven Hallo und herzlich willkommen bei Dein Geld, Deine Verantwortung. Mein Name ist Sven und wir schauen uns heute die Einnahmen aus dem Monat Dezember an. Ganz am Anfang liebe Grüße an dich Sonic85. Er hatte ja unter dem letzten Update-Video geschrieben, dass er etwas über meinen Amazon-Affiliate-Link gekauft hat. Da ist auch etwas eingegangen, da gehen wir auch im Laufe des Videos dann nochmal drauf ein. Ihr wisst, was ich tracke, sind im Prinzip einmal die Einnahmen über das Affiliate-Marketing. Das heißt, wenn jemand über einen Link unter den Videos etwas kauft oder ein Depot eröffnet, da kriege ich eine kleine Provision für, kostet euch nichts, wenn ihr das macht und unterstützt mich. Dann natürlich noch die YouTube-Einnahmen, die ich ja jetzt mittlerweile auch generiere, weil ich eben über die 1000 Abonnenten bin. Und wir haben noch die Dividenden, das sind so die drei großen Teilbereiche, wo ich derzeit etwas bekomme. Für Affiliate-Marketing habe ich gekriegt diesen Monat netto 46,50 Euro. Also echt einiges, bin ich sehr, sehr stolz drüber. Ich habe die Zahlungen noch nicht alle erhalten. Ein Teil davon geht eben auf die Amazon-Links zurück. Das heißt, wenn ihr, wie gesagt, auf den Link klickt und danach irgendetwas bei Amazon kauft, kriege ich eben eine Provision dafür. Das andere sind Menschen, die zum Beispiel eben über mich ein neues Depot eröffnen. und da ist doch einiges zusammengekommen. Ich hatte ja Sonic 85 schon mal erwähnt. Ich kann natürlich nicht sehen, wer was gekauft hat oder so bei Amazon. Ich sehe nur, was gekauft worden ist. Von daher an alle anderen, die das gemacht haben, vielen lieben Dank. Habe ich mich sehr drüber gefreut. YouTube diesen Monat wirklich richtig, richtig stark. Also Dezember, es waren ja jetzt auch dann erst drei Monate mit dem Dezember, sind wir netto bei 72,26 Euro. Wirklich echt richtig, richtig top. Hat mich sehr gefreut. Ich habe auch versucht, etwas mehr Content als sonst im Dezember rauszuhauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und da ist echt schon ordentlich was zusammengekommen. Bei den Dividenden liegen wir bei 48,62 Euro, so dass wir diesen Monat ja wirklich ein sehr, sehr tolles Ergebnis zusammengekriegt haben. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was die letzten Monate so passiert ist noch. Ich habe ja angefangen jetzt im Oktober im Prinzip mit dem Ganzen und auch das zu tracken. Das war ja der erste Monat, wo ich dann eben auch bei YouTube unterwegs war. Da habe ich noch gekriegt, Affiliate Marketing 27,50. Bei YouTube waren es dann 57,17 Euro. Dividenden 42,21 Euro. Und ich hatte noch eine Spende per PayPal bekommen, 2,51 Euro. Da lag ich dann bei 129,39. Im November dann nichts über meine Links bekommen. YouTube 57,12 Euro. Also fast genauso wie im Vormonat. Dividenden waren in dem Monat etwas schlechter. So bin ich dann insgesamt auf 92,36 Euro gekommen. Und im Dezember jetzt eben mit den 46,50, 72,26 und 48,62 Euro bei den Dividenden. Ja, komme ich auf eine stolze Summe von 167,38 Euro. Ich netto erhalten habe, was echt richtig, richtig cool ist. Zum ersten Mal über die 150 Euro da drüber gekommen. Also echt eine wirklich coole Sache. Freue ich mich persönlich sehr drüber. Ich habe mir jetzt dann nochmal die Freiheit genommen. Ich track ja auch immer meine Dividenden. Wie es denn jetzt eigentlich aufs Gesamtjahr ausgesehen hätte oder ausgesehen hat. Ja, ich habe ja vorher nichts über Affiliate Marketing, YouTube oder Sonstiges verdient. Ich dachte aber, um das vielleicht zukünftig vergleichbar zu machen, nehme ich das jetzt dann doch nochmal mit auf. Und da sehen wir eben die verschiedenen Monate, wo ich meine Dividenden dieses Jahr noch erhalten habe. Highlight war sicherlich der Mai mit den 141 Euro. Aber auch die anderen Monate sind echt gut was zusammengekommen, sodass ich insgesamt Dividenden erhalten habe in Höhe von 850,60 Euro. Affiliate Marketing habe ich insgesamt dieses Jahr erhalten, 74 Euro. YouTube stehen wir bei 186,55 Euro. Und die anderen stehe ich bei 2,51 Euro. Das bedeutet, insgesamt im Jahr 2020 habe ich eben, ich sage es immer so schön, Arbeitgeberunabhängiges Einkommen, habe ich netto erhalten, 1113,66 Euro. Was aus meiner Perspektive echt schon einiges ist, dass ich da über die 1000 Euro eben drüber gekommen bin, finde ich schon sehr beeindruckend, was denn eigentlich alles so möglich ist, wenn man da irgendwie versucht Gas zu geben. Und ich hoffe eben auch, dass es zukünftig weiter so laufen wird. Also wenn man sich jetzt überlegt, was ich mir ja vorgenommen habe, eben für nächstes Jahr, da sollen es eben 300 Euro netto Arbeitgeberunabhängig werden. Das ist dann schon wieder, ja, eine ordentliche Herausforderung. Ob ich das dann jeden Monat knacken werde? Nein, natürlich nicht. Das liegt auch daran, dass ich ja auch unterschiedlich viele Dividende bekomme. Und mir ist es nicht so wichtig, jeden Monat die gleiche Anzahl zu bekommen. Es gibt ja Leute, die dann extra Unternehmen so auswählen und die dann so gewichten, dass man immer ungefähr gleich kriegt in jedem Monat. Das ist mir persönlich überhaupt nicht wichtig, sondern ich lege da eher auf die Unternehmen selbst eben das Augenmerk. Und das habe ich ja auch schon eben bei meinen normalen Dingen, wie ich immer mache, also bei den Aktien, wo ich dann sage, ich möchte x Euro investieren. Nächstes Jahr 20.000 Euro will ich investieren und eben 1.200 Euro netto an Dividenden bekommen. Da ist es natürlich so, dass du nicht jeden Monat linear eben 100 Euro kriegst. Genauso wenig, wie ich jeden Monat eben diese 1.600 Euro investiere oder investieren kann. Mal wird es weniger sein, mal wird es ein bisschen mehr sein. Und das wird hier, denke ich, dann auch irgendwie der Fall sein. 3.600 Euro ist auf jeden Fall eine Hausmarke. Da muss ich das, was ich dieses Jahr gekriegt habe, ja mehr als verdreifachen. Und bei den Dividenden, wenn ich das zumindest so hinbekommen würde, wie ich mir das vorstelle, da hätten wir da auf der Seite schon mal diese 1.200 Euro, die da fix stehen würden. Aber da fehlen dann eben noch 2.400 Euro. Das heißt, ich muss dann eben in den anderen Bereichen, die es hier noch so gibt, Gas geben. Habe noch 1, 2 zusätzliche Ideen, was ich nächstes Jahr gerne, oder beziehungsweise, wir sind ja schon im neuen Jahr, wo ich das hier aufnehme, was ich dieses Jahr gerne noch machen würde, was ich vorhabe und da vielleicht auch noch den einen oder anderen Euro generieren, sodass es dann am Ende hoffentlich eben diese 3.600 Euro werden. Wenn ich dann zusätzliche Arbeitgeberunabhängige Einkommen dann noch generieren kann, dann gehen die natürlich auch wieder in Aktien. Ja, das Geld nehme ich ja nicht und verkonsumiere es, sondern wenn jemand dann eben was gekauft hat, über den Link irgendwas bestellt hat, ein Depot eröffnet hat, dann nehme ich die Kohle natürlich für Sparpläne, um den nächsten Aktienkauf vielleicht ein bisschen größer zu gestalten. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die YouTube-Einnahmen. Ich nehme jetzt das Geld nicht und verkonsumiere es, sondern es beschleunigt im Prinzip das, was ich ja sowieso schon mache mit meinem normalen Einkommen, das ich eben von meinem Arbeitgeber bekomme. Und das ist dann schon ein cooles Gefühl, wenn man da so ein, ich nenne es mal so einen kleinen Extra-Turbo irgendwie noch hat, der einem da hilft eben, ja, schneller in die Richtung eben zu gehen, in die man sich dort bewegen möchte. Ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare. Freue ich mich wie immer auch über ein Like, ein Abo, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert haben solltet. Ich hoffe, dass ihr gesund bleibt, dass ihr einen guten Start in das Jahr 2021 hattet. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns bei einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, euer Sven.